So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Murder So Suspect. Ich bin jetzt mit dem Ölbum 36, ja, und wir sind wieder bei unserer Zeugin angelangt und müssen ihr natürlich wieder helfen, so wie immer. Und ich frage mich immer wieder, was es mit diesem Zeichen auf sich hat. Soll das irgendwas bedeuten? Soll das irgendwas anzeigen? Könnte ich was enthüllen? Okay. Ich möchte definitiv nicht weiter. So, die Kamera ist auch hinüber. Ah! Oh, sorry. So, jetzt gucke ich noch hier rein. Hier ist ebenfalls nichts. Okay. Also, wir haben jetzt hier wieder einmal die Tür zum Öffnen. Und wo ist die Kamera? Ah, okay. Das sind nur so nur Tropfen. Ah, kann wieder Foltergeist spielen? Alles klar. Was ist das denn für ein Problem? Es reicht. Nerviger Arzt. Pillen. Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Ähm, kann. So, jetzt habe ich wieder was zum Enthüllen. So, mannende Kiste abgeschlossen. Gut. Und wenn ich den Helikopter kurz ausleihe, eine Notiz hinterlasse? Ja, das wird definitiv nicht funktionieren. Sie wird ein Trophäe verdient. Mann in der Kiste. Okay, muss ich jetzt mit dir reden? Ja. Er bekommt sie nicht. 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 Verdammt. Er bekommt sie nicht. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er bekommt sie nicht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Er bekommt sie nicht. 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 Keine Angst, ich bin hier, um dir zu helfen. Führtet meine Schwester nicht. Er bekommt sie nicht. Ich werde dir nicht wehtun. Bleibt zurück. Beide. Scheiße, das kann nicht sein. Hast du... Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Ich glaube, ich kenne das Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich... Ich weiß nicht. Vielleicht im Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Sie weiß es noch. Sie weiß es noch. Okay, ich kann sie nicht. Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Aber es zieht mich. Oh, toll. Kommt sie jetzt nicht mehr raus, oder wie? Okay, ich werde ihr gleich helfen. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Okay, ich stelle fest, was irgendwas über den Gedanken um die Glockenmüller weiß. Ansehen. Aufgewühlt. Ansehen. sich zurückziehen. Gejagt vielleicht? Gequält. Ansehen. Umgekippt. Was will ich euch mal diese Zeugnung sagen? Locker? Am Schalterhaufen verbrennt. Vier von sieben Hinweisen, oh toll. Ansehen. Kunsttherapie. Fünf von sieben Hinweisen. Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht... Nein. Blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfs Augen. Blaue Starren. Was soll ich jetzt irgendwie... Was soll ich jetzt irgendwie... Warum geht diese Tür nicht auf? Ne, ich kann kein X drücken. Ax von sieben. Wo ist denn das letzte jetzt? Was soll ich jetzt? Okay. Irgendwo muss jetzt noch was sein. Ich glaube, wir fallen ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Nur wenn sie durchs Fenster in deine Wohnung gucken, während wir... Du weißt schon... Äh... Es ist nicht so lang. Ja. Deinetwegen werde ich noch rot. Ja. Hier ist doch definitiv nichts mehr. Okay. Okay, so bringen ich's aber auch nicht raus, ne? Hä? Was soll denn noch ein Hinweis sein? 6 von 7 Hinweisen Das interessiert sich auch nicht, oder was? Was ist da? Das Bild da Was soll denn noch ein Hinweis sein? Hä? Hä? Was soll denn noch ein Hinweis sein? Was soll denn noch ein Hinweis sein? Was soll denn noch ein Hinweis sein? Das ist mir doch, dass das noch was damit zu tun hat Äh, zwei Mädchen Verbunden Ermittlung abschließen Was soll denn noch ein Hinweis sein? 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 Es tut mir so leid. Rose hat Iris das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war es? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lass uns das tun! Ja. Iris, alles okay? Oh man. Das ist Rose. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Nein, nein, nein! Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr! Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit! Hör zu. Willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Hör zu, dass sie nicht verschließen. Verdammt. Frage, das ist bloß wohin. Ich bin nur um 17, können wir nicht rein, okay. Also muss ich irgendwie poltern. Ah, okay, ich muss den Flickern verscheuchen, okay. Ist klar, ähm, bloß wohin. Ist hier irgendwo eine Kamera? Das hier ist ein Albtraum. Aha. Okay, gut, dann lauf mir weiter. Ähm, Moment. Und... Ich möchte noch ganz kurz die Gedanken von den zwei lesen. Was hier fängt allmählich an, mich abzutörnen? Oh. Wenn er nur nicht so ahnungslos wäre. Ich glaube, ich kann nicht bis zum Schichtende warten. Uh. Im Kettel sieht sie noch heißer aus. Äh, ja. Okay, ähm, gut. Wir wollen jetzt aber hier weitermachen. Sehen wir uns dann im nächsten Video. Alles bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.